Das heißt wesentlich, aber es ging besser. Weil du halt mehr von oben runter geschossen hast. Und du musst halt mit der Panzerfaust eigentlich, du musst halt nicht auf den anderen zielen, sondern kurz vor den. Neuer Modus. Es ist Zeit, die Reviere zu beanspruchen. Markiere so viel Gelände wie möglich und verändere, dass andere Teams es als ihr Tod hoch markieren. Das Team, das bei Ablauf der Zeit das größte Revier beansprucht, bekommt einen Punkt zur Gesamtpunktzahl. Keine Ahnung, wie das funktionieren wird, aber wir sind fein. Ja. Äh, vier oder zwei Teams? Ich habe jetzt vier gemacht, ja. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie GTA 1. Das Bild, Turf Wars. Wenn man jetzt auch noch von oben steuert. Ja, also wenn man jetzt auch noch von oben steuert. Der Wagen ist wahrscheinlich egal, ne? Ich nehme den Massako, aber ich glaube der Wagen, ja. Ich meine, das ist so ungefähr wie bei Sumo. Bei Sumo fahren wir auch ein bisschen mit unterschiedlichen Ausgaben. Da ich jetzt nicht weiß, wie... Ich weiß nicht, wie geht, was man machen muss. Das ist mir auch egal. Ich nehme das vorausgewählte Auto. Ja. Ich muss schon in Pink fahren, da ist auch egal, welchen Wagen ich nehme. Das ist kein schönes Pink. So ein Barbie-Pink. Das ist auch so, wir wissen halt nicht, wie markiert. Muss man halt so ein Viereck fahren, das gehört einem dann, oder? Ja, ich glaube, da, wo du rüberfährst, das gehört dir, ja. Ja, einfach drüberfahren. Oh, da ist ja jemand. Nee. Warum es gibt Exos? Ich weiß nicht, weil da vorhin ein Symbol war. Oh. Opsi. Chris, wir haben Waffen? Ja, hier liegen so Raketen-Dinger. Manchmal Waffen rum, ja. Geh weg, geh weg. Das streng gerade ein. Du hast gerade meine ganzen Felder lila-rosa gemacht. Ja. Ja, glaube ich. Oh. Ich schieße nicht, lass doch mal nur fahren. Das ist doch überhaupt nicht der Sinn des Spiels, was du hier machst. Natürlich, wenn du tot bist, kannst du nicht fahren. Wo ist denn das bitteschön nicht der Sinn? Das kann man aber wahrscheinlich auch nur zu viert spielen, oder? Ähm. Nee. Du kannst ja auch mehrere Leute in einem Team haben. Ach, stimmt, ja. Stimmt, aber das kann man wahrscheinlich nur mit vier Teams spielen. Wahrscheinlich. Oder mit zwei. Ja. Nein! Gerade runtergefallen. Ach, scheiße. Kann das sein, dass die Handbremse hier aus ist? Oh, jemals. Der hat halt eine Handbremse. So. Und dieses Rückgesetzte hat dann irgendwer... Das kommt, weil Zeit war vorbei. Gerade eben haben Blau und Orange einen Punkt bekommen. Erste Runde habe ich nur einen Punkt bekommen. Gerade eben haben zwei, weil es hatten scheinbar zwei gleich viele Felder. Oh, in der Mitte kann man ja runterfallen. Ja. Solltest du es doch ausgiebig machen. Das bringt extra Punkte. Ja, da konnte ich nicht mal richtig losfahren, da war ich schon satt. Ich habe selbst Mod begangen, weil mein Auto explodiert ist. Es sieht aus, als würde Lila einen Punkt kriegen. Es sei denn, wir klauen ihn jetzt noch ein bisschen. Nö. Und das geht jetzt, bis einer drei Punkte hat und dann bis einer zwei Runden gewonnen hat. Okay, das kann ein bisschen dauern, aber... Ach. Das ist ja auch mal schön. Neuer Modus und so. Ein neuer Modus ist wie ein neues Leben. Oh, ey, was haben diese Autos für ein Bremsverhalten? Haben sie eins? Nee. Dieser blöde Sender, der fährt die ganze Zeit vor mir her. Ich meine, ich finde das total praktisch, weil ich klaue ihm die ganze Zeit die Felder zurück. Du bist ja fies. Nein, sowas würde ich nicht machen. Sender, du weißt, du kannst Raketen auch nach hinten schießen, wenn du dich umdrehst. Was kann man Raketen um die Ecke schießen? Du kannst Raketen nach hinten schießen, wenn du die nach hinten an sich gehst und du dann schießt. Ja, hast gelernt. Grün hat einen Punkt bekommen. Ja. Ich bin noch gar nicht grün. Deswegen hat Grün einen Punkt bekommen. Ich konnte jetzt aus dem R später starten, weil ich gerade noch meine Todesanimationen hatte. Aber Handbremse geht. Handbremse ist doch L2. Gegenseitig gerne habe ich das gut gemacht. R1. Ah. R2 ist gerade gegen. L2 meinte ich. Aber ja, nee, vollkommen richtig. Okay, wie gesagt, ich habe GTA echt auch schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Aktiven Modus nicht. Ich finde den eigentlich ganz lustig. Mein Auto brennt. Mein Auto brennt. Mein Auto ist jetzt noch weit studiert. Verdammt. Da. Noch. Ich finde, das sollte jetzt auch ausnutzen können, dass man, wenn man auf zwei Feldern gleichzeitig fährt dass sie dann auch beide umgefärbt werden also wenn man es auf der grenze fährt dann beide felder ja verstehe was du sagen willst macht noch ein paar grüne felder weg sonst gewinnt er nur die erste runde ich sehe nur blaue mal ein paar blaue felder weg sonst gewinnt er gewonnen und gewinnt selber ich hab halt grüne aber also ich fand jetzt den modus eigentlich ganz so das finde ich eigentlich ganz nett bisher man muss zwei sachen machen sie ich nicht kann fahren und schießen nein 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 ich habe auch ich hätte ja auch flugrennen einbauen können nicht lustig also jetzt alle gegen sender alle gegen blau alle gegen bacon ne sender gewinnt sonst hat er die playlist gewonnen von daher alle für blau und dann hat sender gewonnen dann ist dann ist endlich vorbei das wäre auch eine möglichkeit ist denn hier endlich vorbei also ich finde auch immer noch ich also ich mag dieses modus hier recht nicht du hast eine verantwortung gegenüber deinen zuschauern alles was neues musst du zeigen nein doch und dann müsste man das jetzt hier auch noch mit dem tron strahl haben hat meine motorhaube kaputt gemacht sind doch weiße flecken man kann man kann so halb zwei füller gleichzeitig um wärmen wo man so ein bisschen diagonal fährt ach so du meinst du über die bremse nie also wenn du wenn du nicht auf der grenze fährst sondern so über die ecken dann dann nimmst du anscheinend gerade genug genug von beiden feldern mit das ist ja ich schummelt ich habe nur die spielmechanik verstanden ja ich schummel sobald wir das nicht können sobald ihr das nicht könnt sobald kaputt ja max im modus jetzt doch ich wundere das ja viel eher dass er noch mal keinen punkt gemacht hat in der zweiten runde blau hat noch keinen punkt gemacht in der zweiten runde ja in der ersten runde habe ich auch irgendwie ständig eine rakete von irgendjemandem reinbekommen oh es gibt eine ansicht von oben echt weiß aber nicht wie ich die aktiviert habe ich bin aber gerade runtergefallen dadurch weil die sehr verwirrend ist es ist halt wirklich jetzt vogel ansicht das hilft ja wahrscheinlich beim markieren der fälscher ja aber beim schiefen gar nicht äh durch b drücken ach danke also sehe ich doch gar nicht wer ich bin ja vor allem das schiefen klappt so gar nicht shadow hat zwei punkte gemacht aber wir können hier nicht einen punkte machen neee neee was ist denn hier los kann gar nicht sein ja das denke ich mir auch ich finde wenn man stirbt die felder für sich selbst markieren über die man noch rollt dein wrack hat mich gerade runtergeschmissen meins ja du hast mich auch abgeschossen also hast du dich eigentlich selbst runtergeschossen ja quasi ja denk da mal drüber nach es ist gta ich will hier nicht denken wegwerb nein jetzt hat shadow gewonnen echt ja du hast einen dritten punkt gemacht weil ich dem sender was weggenommen habe ja so zeigt sich halt wer was kann ja es tut mir auch echt leid ja magst du den modus jetzt nein sonst hättest du aber auch immer wann geht es denn weiter wann geht es denn weiter mittwoch ja 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 ist nicht bald auch super bowl also wenn das ja läuft schon wieder? war das nicht erst letztens noch? ja letzten februar ja also habe ich doch gesagt ist nicht bald super bowl mehr vor als wäre das im sommer gewesen der ist am sonntagabend ne? ja ja ich glaube da mache ich das dieses jahr ich glaube da mache ich das dieses jahr dass ich mir am montag freinehme ja ich habe den chart verbaut auch den tag frei haben beziehungsweise ich mache es vielleicht so dass ich einfach am montag später zur arbeit gehe wird sowas denn genehmigt? ja ja und ich glaube frei nehmen wir haben da in der nächsten zeit ein paar größere projekte ja das wird mir frei nehmen vielleicht aber es spricht ja nichts dagegen mal drei stunden später anzufahren ich bin wahrscheinlich eh um eins wieder wach äh um acht wieder wach geil ich habe mich selbst umgebracht ich höre nie ja ich habe auch selbst umgebracht hast du auch auf mich geschossen? ja aber dann haben wir wir haben einfach eine riesengroße explosion gehabt und hehehehe aber das war es wert ey das ist nicht das darf man nicht was darf man nicht? auf jemanden schießen der noch nicht losgefahren ist du bist schon losgefahren du warst schon fast von deinem Feld da runter fast wieso ist überhaupt so viel wieso war hier überhaupt grad noch so viel weiß? weil jeder nur dem anderen die Felder klaut statt sich eigene zu holen boah ey kannst du mal aufpassen Chat du hast mich beinahe am Kopf getroffen ja das Problem ist beinahe warum ist denn hier so viel grün? was soll denn das? ja echt lass mal weg machen und das grün ist doch nicht schön und das pink ist doch nicht schön aber ich frage gar nicht dass ich mir da alles grün macht sondern dass ich mir da alles blau macht wo ist denn der grüne? ne ich wollte doch nicht nein nicht unterfallen fäll doch mal unter blau hat nen punkt hm also blau alex ist blau ne? jep das heißt alex könnte es diese runde gewinnen er braucht ja nicht mehr gewinnen wenn das am Ende wieder gar keinen Sinn gibt und wahrscheinlich dann eine Person die mal gewonnen hat äh weniger Punkte bekommt als jemand der keine Runde bekommen hat ja das ist GTA Punkte Logik da brauchst du einen Abschluss von der bekloppten Universität oh komm das muss aber echt zugeben das war ein schöner Kill ich hab ihn nicht gesehen ja ich hab dich aber schönerisch weil nein das Loch ist da schon die ganze Zeit ja 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 find ich so langfahre nicht ja dann füllt's mir ja das ich hab's angekündigt 3 zu 0 damit hat der Sender der ja auch schon die Playlist gewonnen hat hat damit auf jeden Fall auch das Rennen glaube ich gewonnen ich bin immer auf die Punkte gespannt das gab richtig Asche es dürfte ja wahrscheinlich weil es ein neuer Modus ist oder? ja doppelte ich hab 45.000 Dollar bekommen hm nicht schlecht und äh ich glaub die Rangliste ist Sender, Fjalk, ich und der Shadow jawohl jawohl immerhin hab ich 13 Punkte bekommen also da war ein wenig Logik drin genau ja dann drücken wir jetzt auf Neustart und sehen uns dann mit der nächsten Folge nochmal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bye bye und ich hatte ein Level Up